Ja, nicht jeder in Kaiseri war so gesprächig wie die beiden Ulmer Jungs. Aber auch bei Peer und Robin wollen wir nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich bin auf jeden Fall Schalke-Fan. Ein waschechter Knappe bin ich. Wir waren immer schön brav im Hotel gewesen. Zum ersten Mal jetzt draußen hier und es ist ja schön. Die Hauptspeise war auch nicht schlecht. Ah, Merhaba. Zwischen Training, Ruhephasen und den Spielen waren die Jungs auf jeden Fall für jeden Spaß zu haben und immer in Interaktion mit ihren Fans. Jetzt sehen wir hier Peer Günther auf dem Bazar der Türkei und versucht was zu kaufen und wir werden jetzt schön gleich die Falschtechnik von Peer Günther sehen. Hey, grüß dich. Argentin. Argentin. Argentin, selam. Selam. Okay. Okay, hey. Ja, sind unsere gute Fans hier. Kommen wir auch jetzt her aus Angst? Wieso nicht? Komm doch jetzt mal her. Das kommt ins Fernsehen, Freunde. Das kommt ins Fernsehen, alles live. Nicht nur außerhalb des Teams, auch in der Mannschaft war die Stimmung gut. Der eine oder andere spruch gegen einen großen Teamkollegen inklusive. Du bist ja länger als die Polizei erlaubt, ey. Wie ist denn die Luft da oben? Wie ist denn die Luft da oben, du Kek, du. Aber er ist immer da, zu 100 Prozent steht er hinter der Mannschaft. Ist auch ein sehr, sehr witziger Vogel. Also mit dem macht es sehr viel Spaß, die Zeit zu verbringen. Peer und Robin sind erstmal super Jungs, also auf jeden Fall abseits vom Feld. Die sind immer lustig, haben immer gute Laune, sind immer auch so ein bisschen für die gute Laune im Team verantwortlich, weil sie einfach immer fröhlich sind und immer versuchen, alle aufzuheitern. Und so schwer das nach dem frühen Aus der Nationalmannschaft auch viel, alles in allem haben Peer und Robin nicht nur uns und dem Team Spaß bereitet, sondern auch selbst die Zeit in Kaiserie genossen. Mit der Zeit oder mittelfristig wird natürlich das eine tolle Erfahrung gewesen sein. Ich werde sehr positiv über den ganzen Sommer sprechen, auf jeden Fall. Das war meine erste WM, die ich gespielt habe. Und ich kann nur Danke sagen dafür, dass ich dabei war. Und es hat mir trotzdem riesen Spaß gemacht, hier zu spielen. Der kann es gut, ey.